Und da sind wir schon, Badass Saints Row 4, allerdings im Sidekick-Adventure, also Leertaste springen. Du musst auch immer auf die gleichen Ebenen laufen wie die Typen. So geil. Go! Also hier... Man, der Sprung, man, der sieht aus wie ein Street Fighter. Mit E kannst du greifen. BAM! WUHU! BAM! Oh man, Johnny ist auch da. Man, wie wir hier mit drei Leuten lang... ...tütteln. Auch der Sound, man... Da noch mehr! Verdresch sie! Und hier... Und hier... Wie wir... WUHU! Alter, habe ich eine Mariette oder was? Vor allem oben steht P1, P2, das ist auch so geil, Mann. Player 1, Player 2. Ich glaube nicht. Du bist zu früh, Junge. Du wirst noch mehr in Wilton gewinnen. Miet den D***. Ich bin zurück. 1, Complete. 1, Complete. Mann, das sind so die ersten Arcade-Spiele, Mann. Das ist so bitter. Stage 2. Feint! Wir sind in Kingdom Come Records. Warren Williams ist direkt vor. Los geht's! Das ist nicht real. Ich bin so schade. Du kannst dich zurückbringen. Schau dich. Ich weiß, dass sie hier drin ist. Wir müssen einfach nur in den Office kommen. Komm schon! Das Street Fighter war immer noch ein bisschen anders. Aber es ist halt echt mit einer der ersten Arcade-Spiele. So von der Art her. So Sidescroller. Die sind schon echt... Die sind schon echt... So, Basie! Ha! Spring! Da ja. Ne, es gibt auch auf dem PC auch noch immer sehr viele Arcade-Spieler. Nein, Jonny! 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 Vice King! You're gonna pay for taking my goal! You really think you can stop me? Warren Williams! Let Aisha go! You'll never get hurt, Janis! Oh! You got me! Was? Schon kaputt? We have to get to her house! LOL Hot stuff! Stage 2. Complete! We are almost there, dammit! Look at all these fucking ronins! Let's take them out! Als ob das Samurais wären, Mann! You are really starting to piss me off! Now come on! We don't have much time! Ich weiß nicht, wie viele es sind! Aber es ist voll, das ist, wird das wohl lustig! Es hat mehr Pixel als Minecraft! Heheheheh! Heheheheh! Weißt du, wie lange du brauchen würdest, um so ein 10-Bild hier in Minecraft zu bauen? Achso, einfach weiter! Nein! Hm! Ich habe das Haus! Wir sind hier! Nicht in da, Johnny! Wo ist denn das? Weiter geht's! Das ist ein ... 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 Bricht die Simulation auseinander Yonichi Der Ronin Ja, ich habe ihn mit dem Basel gehauen 2-3 mal Super Yonichi Ne, er steht wieder Es ist jetzt nicht mehr Yonichi, sondern Super Yonichi Kannst du nicht lesen, steht da oben doch Super Yonichi Ne, er hält mir aus Aber das ist ziemlich lächerlich Kann der ihm, glaube ich, auch Ja, der ist weggeworfen Ey, 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 nein Was You with me? Ja, ja, ich bin mit dir Hold on, wir kommen zu dir Woah, wir, wir, wer sind wir? Seine Reise war endlich vorbei Johnny Gatt war wieder Und er konnte wieder Aisha in seinen Armen Aber die Reunion war bald So, wie hat der StreeTuff Die Tragedie, die Seine Liebe so viele Jahre Er hat sich zu verstanden Danke, dass du spielst. Ja, ist das ein Robo? Oder ist das eine Maschine? Ja, das wird cool mit dem... Das wird cool! Muach! Das ist nicht wirklich eine Antwort. Du wißt du was? Keine Worte, ich mach dich. Das ist was ich mache! All hail zu mir! Keep an eye out for more Zinn. Sie sind auf der Offensive jetzt. Ha, sie waren nicht auf der Offensive bevor. Zinn-Yak ist nicht dumm. Ich glaube, wir haben einen einzigen Schritt gemacht, ohne ihn zu wissen. Ich glaube, wir würden es so weit machen, wenn Zinn-Yak nicht denken, er könnte uns helfen. Great, thanks for the pep talk, crazy. Shit, the door's locked. Hold up. Nevermind. He must be down, didn't you? Ich hab' gearbeitet bevor. Seen no reason to switch it up now. Hehehehe. Da hat er recht, das ging auch zurück. Äh, vorher schon. Keine Ahnung, ne? So, wo gehen wir denn mal hin? Wir sollen da oben hin. Das ist Johnny? Ssss... What the f- What the f- I'll have you now- Ouch, can't think, why did you... Just grab Johnny and bring him back, okay? Komm mal die Füße an, Alter. Wirst du diese Frühspuren? Ja, ja, will Johnny zurückkommen. Sie ist immer das Ding von hinten an. 5. Ganz d It's am Zen as cool. Pew, pew, pew! Money, John, Money, John. Oh, he has to go. Up and up. Why does he shoot at me? Oh, shit. Where's Processing Chamber 9? Just because I can see the layout of the ship doesn't mean I know what the rooms are called. I, uh, fuck. I don't know where I'm at. Shit. Something on the door changed. What's that mean? Let me see. Oh, most likely they activated a fort. You're trying to stop me, huh, Zindyak? It's probably to contain Johnny. Give me a minute to figure something out. Fuck that. I'm destroying everything in this goddamn room. Oh, yeah. Do that. Draw their attention. Kinsey, damn it. I just... Oh, okay. Here I come, Johnny. Take out everything. Get them to come to you. Gut. Ich nehm den hier hinten noch. This is what I defense. There are more coming. Keep at it. Was? Was? Ja, but I'm just flying down. Yeah, but that's so bad. Yeah? Ähm, da war so'n Ding. Und da bin ich runtergefallen. Da, hier so'n Loch. Ich dachte, ich wäre noch über so'ner Plattform. War ich aber das... Das bedeutet nicht, dass ich weiß, was die Räume sind. Ich ähm... Fuck. Ich weiß nicht, wo ich bin. Shit. Was auf der Tür geändert hat. Was bedeutet das? Let me see. Oh. Most likely, sie aktivierten ein fort. You're trying to stop me, huh, Zindyak? It's probably to contain Johnny. Give me a minute to figure something out. What's that? Hast du Johnny schon mal gesehen? Oh. Yeah. Do that. Draw their attention. Oh, Kinsey, damn it. I just... Oh. Okay. Here I come, Johnny. Take out everything. And I'm going to the next. There are more coming. Keep at it. There are more coming. Keep at it. Ah, there's another one. Ah, there's another one. Ja, geh du mal vor jetzt. Ted! Nice! Johnny! Mhm. Alle ver- Mhm. Der hat sich alle verprügelt. Oh, du hast eine Sonnenbrille. So, im in the plane doing my thing. Mhm. Haha. Haha. Sure. Haha. Go back to the part about me too. You guys don't take this the wrong way. But I spent years living in the past. I'm ready for the future. Good. Because if we're going to pull off King's plan, we're going to need all the help with you. Willkommen zurück. Ja, ich hoffe, die Mission hat euch auch noch gefallen. Und dann... Sehen wir hier nochmal im Durch und sehen uns in der nächsten... Folge. ... 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